Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ich will Ihnen im Folgenden einen philosophisch-theologischen Standpunkt vorstellen, den ich christlicher Humanismus genannt habe. Lassen Sie mich dabei mit einem Zitat beginnen. Vor etwa 100 Jahren gelangte der amerikanische Psychologe und Philosoph William James zu der folgenden Feststellung. Ich zitiere. Seit 150 Jahren scheint der Fortschritt der Wissenschaft nichts anderes zu bedeuten als eine stete Vergrößerung des Bewusstseins von der materiellen Welt und eine stete Verminderung der Bedeutung des Menschen. Ich denke, James hat recht. Heute vielleicht noch mehr als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der freilich geradezu grandiose Siegeszug der Naturwissenschaft und Technik birgt in sich die Gefahr, dass bei allen dankenswerten Segnungen für die Menschheit das spezifisch Menschliche, das Humanum und damit auch die Menschlichkeit auf der Strecke bleiben. Dazu einige ganz einfache Beispiele aus unserem Alltag. Unser Leben wird immer mehr von der sogenannten Digitalisierung beherrscht. Steuererklärungen, Anträge für Sozialhilfe, Anmeldungen zu Behörden, Geldgeschäfte und so weiter und so fort setzen oftmals den Besitz und die Fähigkeit zum Umgang mit Smartphones oder Computer voraus. Alte Menschen, auch schlecht ausgebildete Mitbürger, desgleichen arme Menschen, ganz zu schweigen etwa von Obdachlosen, haben darunter, ohne dass dergleichen öffentlich problematisiert werden würde, viel zu leiden. Der Thematik Digitalisierung soll sogleich die der Individualisierung an die Seite gestellt werden. Die meisten Stadtbewohner leben heute allein in einer Art Wohnschließfach, von der Familie und den Mitmenschen weitgehend getrennt. Das wird der sozialen Natur des Menschen indessen kaum gerecht. Im dialektischen Gegenzug dazu mehren sich die Großraumbüros. Jede Tätigkeit vollzieht sich hier vor den Augen der Kollegen, Kolleginnen. Jede Bildschirmeinstellung kann mit angesehen und jedes Telefongespräch mit angehört werden. Diese großen Büros werden dem urmenschlichen Bedürfnis nach einer gewissen Privatheit, auch im Arbeitsleben, überhaupt nicht mehr gerecht. An den meisten Banken entscheiden heute, gemäß einigen schnell eingespeisten Daten, die Kalkulationen der Computer über die Kreditwürdigkeit eines Kunden. Vorher hatte es Gespräche mit erfahrenen und über Menschenkenntnis verfügende Kundenberater gegeben. Da ist es beinahe an der Tagesordnung gewesen, dass man etwa einem soliden, intelligenten, vitalen und zupackenden jungen Menschen ohne nennenswertes Eigenkapital bzw. ohne Sicherheiten, sagen wir, einen Unternehmerkredit gewährt hat. Es war sehr viel auf die spezifische Person, auf den Menschen eben angekommen und die Sache hatte mit zwischenmenschlichen Beziehungen, Begegnungen sowie mit gegenseitigem geleistetem Vertrauen zu tun. Vertrauen ist aber bekanntlich eine schöpferische Macht. Ein bedrückendes Beispiel zum Schluss. In vielen europäischen Ländern gibt es heute die sogenannte Sterbehilfe. Der Aufenthalt und die Pflege im teuren Seniorenheim belasten Rente und angespartes Eigenkapital, sprich das potenzielle Erbe. So dass es regelmäßig zu der krass unmenschlichen Situation kommt, dass die eigenen Kinder ihre Mütter oder Väter anfragen, ob sie sich nicht vorstellen könnten, die tödliche Pille zu schlucken. Es habe sich nämlich ein zweites Kind eingestellt, es gelte, ein Haus abzuzahlen und dergleichen mehr, werden als Gründe für diesen schrecklichen Wunsch freilich quälend schlechten Gewissens ins Feld geführt. Solche in Richtung Unmenschlichkeit zielende Entwicklungen korrespondieren mit der allgemeinen Tendenz des positivistisch gedeuteten, also ausschließlich naturwissenschaftlichen Weltbildes. Hier ist es zu einer von manchen sogenannten vierfachen Herabwürdigung der Stellung des Menschen im Kosmos gekommen. Von Kopernikus, Kepler und Co. ist der Mensch aus dem Zentrum des Universums in einen abgelegenen, winzigen Weltwinkel verschoben worden. Darwin und die Evolutionisten haben den Unterschied zwischen Mensch und Affe nivelliert. Freud und die Psychoanalyse sprachen dem Menschen ab, ein Vernunftwesen bzw. Herr im eigenen Haus zu sein, seien es doch die unterbewussten Triebe und Begierden, die sein Denken und Handeln bestimmten. Und viele einflussreiche heutige Neurophysiologen und Neuropsychologen sprechen dem Menschen sein traditionelles Vorricht und Alleinstellungsmerkmal die Willensfreiheit ab, um ihn damit auf eine Stufe mit sogenannten intelligenten Maschinen wie PCs zu stellen. Dem Christentum wächst in dieser Situation, so meine ich, die sehr bedeutende Aufgabe zu, Anwalt der gefährdeten Menschenwürde und der gefährdeten Menschlichkeit zu sein. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Herabwürdigung des Menschen sollte der Christ heute die jedem Menschen gebührende Achtung, ja Hochachtung ansprechen bzw. nachdrücklich in Erinnerung suchen. Dementsprechend wollen wir im Folgenden eine christliche Humanismus genannte Richtung des theologisch-philosophischen Denkens und Empfindens als geistige Lebensform vorstellen und ansatzweise auch verteidigen. Dies möge hauptsächlich im Anschluss an Josef Ratzinger bzw. Papst Demeritus Benedikt geschehen. Vor gut zehn Jahren hat Papst Benedikt XVI mehrmals öffentlich einen neuen Humanismus auf christlicher Grundlage eingefordert. Dieser scheint ihm eine sehr dringende Forderung der Zeit zu sein. Nach Josef Ratzinger ist nämlich heute in der Zeit der Genforschung und Gentechnologie, ich zitiere, der Mensch in die Brunnenstuben des Seins hinabgestiegen. Er hat die Bausteine des Menschseins entziffert und kann sozusagen selbst den Menschen montieren, der dann nicht mehr als ein Geschenk des Schöpfers in die Welt tritt, sondern als ein Produkt unseres Machens und damit auch nach den selbstgewählten Bedürfnissen selektiert werden kann. Über diesen Menschen leuchtet dann nicht mehr der Glanz der Gottebenbildlichkeit, der ihm die Würde und seine Unantastbarkeit gibt, sondern nur noch die Macht menschlichen Könnens. Er ist nur noch des Menschen Bild. Zitat Ende. Der Regensburger Philosoph Gereon Piller fügt der Gefahr einer Entmenschlichung des Menschen, die mit der gegenwärtigen Genetik und Gentechnologie gegeben ist, weitere vergleichbare Risiken hinzu, wenn er die Gefahr einer versteckten Dehumanisierung der Gesellschaft und des Menschen zu erkennen glaubt. Ich zitiere Piller. Greifbar wird die gegenwärtige Gefahr einer solchen Dehumanisierung unter anderem in dem ethisch-postulatorisch auftretenden Speziesismusvorwurf. Humanismus sei nichts als das peinliche Eigenlob der Spezies Mensch, als Ressentiment gegen eine besondere Würde des Menschen als Mensch. In die gleiche Stoßrichtung von ganz anderer Seite zielen der sogenannte Trans- oder Posthumanismus, die den Menschen in eine selbsthergestellte Perfektion, ja Unsterblichkeit hinein, vervollkommenen möchten. Bewusst über seine biologische, natürliche Seinsweise hinaus. Beides kommt zusammen darin, den Menschen als solchen für gering zu achten, ihn ob seiner unausrottbaren Fehlerhaftigkeit als Spezies buchstäblich zu verabschieden. Hier drängt sich, ich zitiere immer noch Piller, hier drängt sich Michel Foucault's Vision vom Verschwinden des Menschen von diesem Planeten förmlich auf. Arbeitet man dort doch allen Ernstes und mit Werf daran, der Mensch muss sich selber über sein Menschsein in der heutigen Form hinaus entwickeln, mittels modernster Technologie, molekularbiologisch, biochemisch ebenso wie digital, beginnend mit Chip-Implantaten und so weiter und endend mit Experimenten zum Transfer des menschlichen Bewusstseins in digitale Datenbanken, vom Körper befreit, im Kollektiv globaler Vernetzung, unsterblich, allgegenwärtig, allwissend göttlich. Aber, und das ist das Paradoxe, so fährt Piller fort, das Paradoxe, das uns hier begegnet, und das Kennzeichen der Gegenwart weithin, all dies aus einem übersteigert anthropozentrischen Motiv heraus, einer Selbstüberheblichkeit, einem selbstzerstörerischen Machbarkeitswahn, mit einer letztlich nicht mehr menschlichen, ja geradezu unmenschlichen Vorstellung von Vollkommenheit, letztlich doch über den Menschen hinaus, Schaffung eines Über-Ehs, unpersönlich kalt, ein neuer heidnischer Molochgott. Was dann auf Science-Fiction klingt, hält unsere Zeit in Wahrheit nur den Spiegel vor und gibt uns vielleicht am meisten Aufschluss darüber, was Dehumanisierung im 21. Jahrhundert heißen mag. Weit über die gegenwärtige Zunahme von Gewalttätigkeiten und Pöbeleien auf den lächtlichen Straßen unserer zu Vergnügungszentren umfunktionierten städtischen Lebensräume hinaus, die eine andere Art von Inhumanität uns vor Augen führen. Zitat Piller. Im Unterschied zu den lauten, mörderischen und kriegslüsternen Dehumanisierungswellen vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, haben milderen Tendenzen des 21. technisch wie ethisch zuvor verschlossene Türen geöffnet. Büchsen der Pandora, wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel das zum Ideal mutierte Modell des perfekt kalkulierenden und maximal konsumierenden Homo economicus im Verein mit medialem Schönreden niederen Instinkte, zum Beispiel Geiz ist geil, sowie zu der Verherrlichung von Hedonismus und Sexualität ohne Liebe, sowie dem Widerwachen ehemals als vorchristlich apostrophierter Maximen, zum Beispiel, du musst eben Ellenbogen oder Zähne zeigen, generieren eine Form von Zeitgeist, die eindeutig antichristlich ist und sogar latent totalitäre Züge anzunehmen droht, ohne den Bürgern, und dies ist das beunruhigend Neue, gewaltsam aufoktroyiert geworden zu sein. Der Gemeinwille oder die Volonté General scheint all dies von sich aus zu wollen. Menschlichkeit, so der Anschein, wird auf dem Altar des Wohlstands, Wohllebens und des sich Auslebenwollens freiwillig zum Opfer gebracht. Eine gewisse konsumistische Grundgestalt des Lebens, welcher der Glaube an Gott, an die menschliche Geistseele und an höhere Ideale obsolet und auch ein wenig lächerlich erscheint, gewinnt immer deutlicher an gesellschaftlicher Präponderanz und Dominanz. Hinzu kommen seit einigen Jahren Fliehkräfte in die Gesellschaft, die weg von einer konsensualen Mitte deutlich in Richtung Radikalisierung weisen und die Wiederkehr längst verschwunden geglaubter Dämonen wie einen angriffslustigen Islam, einen radikalen Nationalismus und einen klandestinen Kommunismus alle drei freilich in erneuerten Kostümen, Letztgenannter nennt sich heute mit einem hässlichen Kunstwort Antifa, zur Folge haben. Läutet damit nicht auch ein Wecker, der Christen aus dem Halbschlaf holen sollte? Und müsste nicht längst schon die weltweite Christenverfolgung für uns ein solcher Weckruf gewesen sein? Bei diesen Totalangriffen auf das von Vernunft und Glaube geformte tradierte abendländische Menschenbild sollten doch eigentlich viele die unsichtbare Flagge der Besonnenheit, des Maßes und der spezifischen christlichen Humanität hochhalten. Aber wo sind sie nur? Wir brauchen Menschen, die ihren Blick auf Gott gerichtet haben und von daher die wahre Menschlichkeit erlernen, so Josef Ratzinger. Christlicher Humanismus will auf den Punkt gebracht, im Blick auf Jesus Christus, den wahren Menschen, die Menschenwürde betonen, einen Beitrag zur Menschwerdung des Menschen leisten, um Humanität in die Gesellschaft zu pumpen und in Einheit damit Gott glaubwürdig zu machen, in einer vielfach angefochtenen und in ethischer Hinsicht zutiefst bedrohten und verunsicherten Welt. Der christliche Humanismus steht heute vielleicht sogar auf verlorenen Posten. Aber es wäre immerhin ein ehrenhafter Posten. Ein solcher Humanismus kann auch nahtlos an seine historisch wie systematisch tiefsten Wurzeln anknüpfen. Denn bereits auf der ersten Seite der Bibel findet die besondere Würde des Menschen eine klare Feststellung und nachdrückliche Betonung. Im Buch Genesis wurde der älteren, lange jachwistisch genannten Schöpfungsgeschichte später, nämlich um 550 vor Christus, die jüngere, priesterschriftliche, vorangestellt. Aber in beiden Schöpfungsgeschichten wird die Schöpfung des Menschen als Höhepunkt der gesamten Schöpfung vorgestellt, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Im älteren, sich in der Bibel also nach hinten verschoben habenden Text wird der Mensch zuerst geschaffen, dann der Garten Eden beziehungsweise die fruchtbare und heile Natur um ihn herum. Im jüngeren vollzieht sich die Schöpfung des Menschen erst am Schluss des gesamten sechstägigen Schöpfungsvorgangs. Im älteren Text bläst Gott dem Menschen und nur ihm seinen göttlichen Lebensodem ein. Im jüngeren erschuf er den Menschen nach seinem Bild. Ich zitiere, Dann sprach Gott, Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh und Griechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Griechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Griechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Beatmet werden mit dem Geist Gottes, geschaffen werden nach dem Bild Gottes, bei allen Unterschieden. Beides zeigt die unvergleichlich hohe Würde des Menschen an. Und dies, es sei wiederholt, bereits auf der ersten Seite der Bibel beziehungsweise des Alten Testaments. Entsprechende Ergänzungen folgen, so auch, um nur ein eindrucksvolles Beispiel zu nennen, das folgende Wort aus Psalm 8. Du hast ihn, den Menschen nämlich, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße, Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahin zieht. Und insbesondere das Wort, wir seien nur wenig geringer gemacht als Gott, zeugt von einer geradezu bestürzend hohen Wertschätzung des Menschen, der gerecht zu werden für uns alle, der gerecht zu werden für uns alle nicht einfach sein dürfte. Aber so frage ich, gibt es eine vom Gewissen sanktionierte, gleichwertige Alternative dazu? Sehen wir als nächstes auf die erste Seite des Neuen Testaments. So finden wir für uns Menschen sogleich einen weiteren Adelsbrief ausgestellt. Gott bleibt nicht Gott. Er wird auch nicht etwa Engel oder Tier oder Außerirdische oder was auch immer. Er wird Mensch. Ich zitiere, mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat in Einheit mit Vater und Sohn die Menschwerdung des ewigen Sohnes bewirkt. Wie man sich denken kann, kommt gerade in dem Thema Menschwerdung für den Standpunkt eines christlichen Humanismus eine herausragende Bedeutung zu. Indem Gott Mensch, damit aber auch Leib geworden ist, hat er nämlich auch ein entschiedend positives Urteil über den körperlich-materiellen Bereich insgesamt gesprochen, wie auch schon davor in der sechsfachen Gutheißung der Schöpfung im Buch Genesis. Gerade die Natur litt ja in der Neuzeit sehr darunter, dass sie gewissermaßen neognostisch, als einen unendlichen, weiten, gespenstisch verstreuter Materiehaufen, der keine Verbindung zum menschlichen Herzen zulässt und eigentlich Angst einflößt, aufgefasst worden ist. Man hat sukzessive, Abstand von der alten Vorstellung, die Natur seine gute Schöpfung, eines guten Schöpfers genommen und einseitig deren sogenannte Nachtseite betont. Und selbstverständlich malt man keine Landschaften mehr, wie etwa diejenigen von Peter Paul Rubens die Harmonie von Gott und Mensch feiern und beschwören. Das neuzeitliche Naturverständnis hat unter Darwin, Schopenhauer, Nietzsche, Freud und vielen anderen die dunkle Seite der Natur betont. Das ist freilich nicht ohne Wirkung auf den Umgang mit der Natur geblieben, insbesondere nach der industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Meines Erachtens liegt der allgemeinen ökologischen und der aktuellen Corona-Krise auch die Entfremdung des neuzeitlichen und modernen Menschen von der Natur zugrunde. Diese Krisen haben damit zu tun, dass sich der Gedanke, die Natur seine gute Schöpfung, dass dieser Gedanke weitgehend aufgegeben worden ist. Christliche Humanisten halten am Begriff der Guten unter gewissen Gesichtspunkten und Rechtverstanden auch normgebende Natur fest und bekennen sich ganz herzlich zum Schöpfungsbegriff. Für sie spiegelt die Naturschönheit die Herrlichkeit des göttlichen Schöpfers wieder, aber auch die klassische christliche Kunst primär in der Gestalt der Malerei und Plastik gilt dem christlichen Humanisten neben der Kirchenmusik und Sakralarchitektur als ein wertvolles Mittel zur Vertiefung seines Glaubens wie er die Schönheit insgesamt. Was ist also der Mensch, biblisch wie christlich-humanistisch betrachtet? Ein Freund der Schönheit? Ein Auswuchs der hässlichen Nachtseite der Natur? Viele verschiedene und auch gegensätzliche Auffassungen über sich selbst hat er von sich aus vorgetragen und entwirft er noch immer zu, in denen er sich entweder selbst zum höchsten Maßstab beziehungsweise höchsten überhaupt macht oder umgekehrt sich bis zu mit Selbsthass verknüpfter Misanthropie gnadenlos entwertet. Und so bleibt er letztlich unschlüssig und weiß nicht, was er eigentlich von sich selbst zu halten habe. Als erster Ansatz zur Orientierung in einer so grundsätzlichen Problematik scheinen mir wiederum gewisse Hinweise Gereon Pillers wichtig zu sein, der einige Fragen aufwirft und so dann über die Intuition von der Einzigartigkeit des Menschen anmerkt, ich zitiere Piller, wer sonst als der Mensch empfindet Unrecht und sucht unter anderem als Richter, Anwalt etc. die Wahrheit zu ergründen. Wer vermag Verzicht zu leisten um eines höheren Gutes willen? Wer sich selber, sein Sein und Leben zu opfern für das eines anderen? Wer vermag die Schönheit einer Landschaft, eines Sonnenaufgangs zu empfinden? In solcher Art Vermögen zeigt sich ganz offensichtlich die Besonderheit des Menschenwesens, zusammengefasst als Vermögen das Wahre, Gute und Schöne in Verbund mit dem Sein selbst in seiner Werthaftigkeit zu erfassen und sich danach konkret auszurichten. Zitat Ende. Piller fährt mit der Feststellung, es habe eine lange Tradition, die sogenannten Transzendentalien, wahr, gut und schön, ich zitiere wieder, als Attribute Seinsweisen respektive Seinsbestimmungen des Göttlichen verstanden. Demnach wäre dieses Vermögen, sich dem wahren, guten, schönen sehnsuchtsvoll fühlend und denkend anzunähern, gleichsam identisch mit dem in dieser Weise nur dem Menschen gegebenen Vermögen, sich auf das Göttliche beziehen zu können, als eine ihn gleichwohl unendlich übersteigende Dimension, die ihm dennoch in Besonderheit zugeeignet ist. Nicht zuletzt dieses Vermögen der Partizipation am wahren, guten und schönen wie am Sein selbst hat die jüdisch-christliche Tradition mit dem Titel einer Ebenbildlichkeit im Blick, als Vermögen, sich auf das Göttliche auszurichten und an ihm teilhaben zu können. Wohlgemerkt können, was der Mensch aber, ob der im gegebenen Freiheit, freilich auch verweigern kann. Zitat Ende. Diesem Standpunkt, Billers, schließe ich mich vorbehaltlos an. Das Humanismus genannte Menschenbild, das immer auch von einem bestimmten Ethos begleitet ist, besagt traditionell eine hohe Achtung vor dem Menschsein als solchem, nicht zuletzt aufgrund dessen Vermögen zum selbstständigen, vernunftgeleiteten Denken, wie es ja auch das bekannte Wort vom Homo Sapiens haben will. Aber recht verstanden ist im Begriff des Humanisten immer auch eine zarte Liebe zu allem Menschlichen mitgedacht und eingeschlossen. Der Begriff Humanismus weist darüber hinaus eine starke historische Konnotation auf. Eine gewisse dankbare und bewundernde Rückbesinnung auf die griechische Antike, vor allem auf Sokrates, Sophocles, Platon und Aristoteles, auf deren geistige römische Nachfahren, vor allem auf Cicero, Vergil, Seneca und den frühen Augustinus, sowie auf die Humanisten der Renaissance, vor allem Ficino, Pico, Morus und Erasmus, dürfte wohl jedem christlichen Humanismus zu eigen sein. Von hier aus wird begreiflich, dass zuweilen auch Altphilologen Humanisten genannt werden, wobei es sich dabei freilich um eine abgeleitete Redeweise handelt. Beginnend justament mit dem Epochenbegriff Humanismus, man lässt ihn oft mit Petrarca, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts gelebt hat, beginnen, zeichnet sich allerdings auch ein neues beziehungsweise neuzeitliches Denken ab, deren Einerzweig sich von seinen christlichen Wurzeln loslösen will. Darin vor allem liegt es begründet, dass das Wort Humanismus in manchen christlichen Ohren zumindest gefährlich klingt. Die Devise des latent-antichristlichen Humanismus lautet, der in Griechenland entsprungene Strom des Geistes müsse von allen religiösen oder ideologischen Einflüssen gereinigt werden und sich stattdessen mit dem immer breiter werdenden Strom gewissermaßen neuheidnischen sowie naturwissenschaftlich-positivistischen Wissens- und Denkens vereinen. Auch die Blickrichtung habe sich zu ändern. Nicht mehr nach rückwärts in Richtung der alten Weisen beziehungsweise der literarischen Klassiker solle Hilfesuchen geblickt werden, um Orientierung und Rat zu finden, sondern vielmehr nach vorne in eine von Menschen autonom geplante und nun radikal entmythologisiert ausschließlich nach menschlichem Maß zur realisierende Zukunft. Galilei, Newton, Darwin und Einstein haben in diesem Denken Sokrates, Platon, Cicero und Erasmus den Rang abgelaufen. Damit aber auch das Diesseits, dem Diesseits und Jenseits, die allgemeine Wohlfahrt, der allgemeinen Wohlfahrt und dem Seelenheil, die Machbarkeit der Machbarkeit und deren ethischen Grenzen. Sittlichkeit und überlieferte Moral gelten Gegnern des Christentums in der konsequenten Folge nun weniger als Voraussetzungen, denn vielmehr als störende Hemmschuhe individueller Freiheiten und technischer Innovationen. Ein solcher gebrauchtes Wort des Humanismus im Sinne von wiederchristliches Denken entspricht indessen kaum der Begriffsgeschichte. Sind doch die seit Friedrich Immanuel Niedhammer im Jahre 1808 sogenannten Humanisten, fast immer Deisten, nicht selten auch Theisten und darüber hinaus oft entschiedene Christen gewesen. Vor dem späteren 19. Jahrhundert haben Atheisten den Begriff Humanisten meines Wissens so gut wie nie für sich beansprucht. Die Inanspruchnahme nimmt dann an Häufigkeit zu, aber sie muss heute nur noch zweifelhafter erscheinen, wo positivistisch gesinnte Atheisten dazu tendieren, die menschliche Willensfreiheit rundweg zu leugnen. Aber so fragt man sich, wie kann das Humanum dort sinnvoll eine besondere humanistische Achtung erlangen, wo alles menschliche Tun gerade so determiniert ist, wie alles animalische Treiben, ja, wie alles Natur und Technik geschehen insgesamt? Historisch besehen gehen Gedanke und Begriff der Humanitas weitgehend auf Cicero, erlebte von 106 bis 43 vor Christus, genau auf dessen spezifisch römische Aneignung einiger Schlüsselideen der klassischen griechischen Philosophie zurück. Cicero tritt insbesondere, und das ist das geistesgeschichtlich richtungsweisende geworden, für eine Vollendung des Menschen durch Bildung ein, wobei sein Bildungsbegriff umfassender, universaler ist als der all seiner Vorgänger und der so mancher Nachfolger. Der ganze Mensch möge sich zum Menschen im höheren, edlen Sinn dieses Wortes bilden. So finden wir beispielsweise im ersten Buch seiner Schrift der Oratore die bezeichnende Forderung an den angehenden Redner, gleichermaßen Geschichte, Philosophie und Jurisprudenz zu studieren. Damit könnte auch ein typisches Kennzeichen eines jeden Humanisten genannt werden, dessen breit angelegte Bildung oder doch zumindest aufrichtige Bildungsbemühung. Neben dem Umfang der Bildung hatte Cicero aber auch deren Tiefe im Blick. Bei keinem anderen römischen Autoren findet sich der Begriff Humanitas beziehungsweise das Adjektiv Humanus oder das Adverb Humane häufiger als in seinen, in Ciceros Werken. Was er darunter näherhin verstanden hat, ließ er sich beispielsweise aus einem Brief an seinen Bruder Quintus zum neuen Jahr 59 v. Chr. erschließen, dem er nachdrücklich seinen Bruder und berät eine humane Herrschaft in seiner Provinz anrät. Der Mensch veredelt und vollendet sich, so ließen sich Ciceros Ausführungen hier paraphrasieren, über breit angelegte Bildung sowie über Selbstbildung durch Affektbeherrschung, bewusste Übernahme von Verantwortung, originäres Interesse für Kultur und Kunst und nicht zuletzt auch durch gelebte, wichtig, heitere Menschlichkeit. Vereint mit diesen Tugenden und Tendenzen kann das reine Gewissen schließlich zu der wünschten, richtigen Gesinnung führen. Um das Todesjahr des weiteren römischen Humanisten Horatz herum wird Jesus Christus geboren und mit ihm erhält eine neue Hoffnung die Welt. Für Christen ist Christus der Sinn ihres Lebens und seine Mutter Maria, der bedeutendste Mensch überhaupt, von Gott als allein würdig empfunden, den eingeborenen Sohn zur Welt zu bringen. Dieser Sohn selbst ist ja mehr als Mensch, nämlich Gott und Mensch zugleich. Die anrührende Menschlichkeit Marias ist zu Recht immer betont, bewundert und verehrt worden. Ein menschenfreundlicher Gott offenbart sich nach ihrer Zustimmung mir geschehe, wie du gesagt hast, in Jesus von Nazareth, der den Menschen guten Glaubens und Willens machtvoll und durch eindrucksvolle Zeichen ein Sinn- und hoffnungsvolles, irdisches sowie ein ewiges jenseitiges Leben voller Glück, Liebe und Erkenntnis verheißt. Wie durch Nebel und Dämmerung hindurch gerät dieses über den Tod hinaus sinnvolle Dasein auch schon im Alltag, wenn auch nur konturenhaft in den Blick. Das Christentum ist auch von sich her human, weil es den Menschen diese Sinnperspektive auf das Diesseits und das Jenseits eröffnet. Das besonders von den griechischen Tragödiendichtern als gnadenlos dargestellte Schicksal, so die neue christliche Verheißung, habe in Wahrheit keine absolute Macht über die Sterblichen. Die christliche Botschaft, die heute insbesondere nach Nietzsche von vielen, vor allem auch jungen Menschen, als lästiges und unnötiges Joch empfunden wird, ist damals ganz richtig als Befreiung von einem Joch bzw. Alpdruck, dem Fatumglauben, verstanden worden. Die frühesten Schriften der Christen sind dementsprechend auch voll von Jubel, Triumph und Frohlocken über diese frohe Kunde, Euangelion, Evangelion. Kalraner nannte die großen Humanisten der vorchristlichen Antike anonyme Christen oder auch Christen vor Christus. Das mag vielleicht ein wenig zu stark pointiert ausgedrückt sein, aber eine Begegnung der schönsten Bestrebungen des heidnischen Geistes mit dem christlichen ist überhaupt nicht zu verkennen. Der ältere Bruder, Hugo Rana, drückte es so aus, Zitat, Die Welt des humanen Geistes, nach denen Platon und Aristoteles getastet haben, sind erst in Christus greifbar geworden. Und nur aus der schönen Einheit zwischen der himmlischen Botschaft von oben und der griechischen Sehnsucht von unten hat sich das gebildet, was wir heute abendländischen Humanismus nennen dürfen. Zitat Ende. Später hat es Papst Benedikt XVI, der in seiner Regensburger Rede wie folgt formuliert. Das innere Zugehen aufeinander, das sich zwischen biblischem Glauben und griechischem, philosophischen Fragen vollzogen hat, ist ein nicht nur religionsgeschichtlich, sondern weltgeschichtlich entscheidender Vorgang, der uns auch heute in die Pflicht nimmt. Wenn man diese Begegnung sieht, ist es nicht verwunderlich, dass das Christentum trotz seines Ursprungs und wichtiger Entfaltungen im Orient schließlich seine geschichtlich entscheidende Prägung in Europa gefunden hat. Wir können auch umgekehrt sagen, diese Begegnung, zu der dann noch das Erbe Roms hinzutritt, hat Europa geschaffen und bleibt die Grundlage dessen, was man mit Recht Europa nennen kann. Den Florentiner-Humanisten Marsilio Ficino hat das innere Zugehen von Griechentum und Christentum nachdenklich gestimmt und so schreibt er wiederholt und angelegentlich über das Verhältnis Sokrates-Jesus. Daran knüpft sich die christlich-humanistische These von den zwei Säulen an, auf denen das traditionell sogenannte Abendland errichtet sei. Auf Sokrates und auf Jesus beziehungsweise auf Philosophie einschließlich Wissenschaft einerseits und dem christlichen Glauben und Ethos andererseits. Womit Christus selbstverständlich nicht auf sein Menschsein reduziert werden sollte. Das Ausreißen des edelsten Triebes des abendländischen beziehungsweise europäischen Geistes als zur bloßen Last gewordenen Ballast kann, so steht zu befürchten, nur zu einer verhängnisvollen Beschädigung des Baumes der Menschheit insgesamt führen. Ein Humanismus ohne christliche Substanz wird sich letztlich in der Ausweitung bloß materiellen beziehungsweise technischen Fortschritts im Namen von Wohlstand und Bequemlichkeit erschöpfen. Ihm fehlt dann wohl einfach die Seele. Es mahnt uns nicht zuletzt die Stimme der Vernunft, das Wesen des Menschen nicht zu leicht und zu gering zu veranschlagen. Das Menschenwesen findet, wie oft schon gesagt worden ist, ohne dass bislang allerdings viel darauf gehört worden wäre, das Menschenwesen findet am Konsum und an den allzu schnell vergänglichen Gütern und Freunden des Lebens keine wirkliche, echte, menschengerechte und dauerhafte Erfüllung. Diese Feststellung mag manchen immer noch befremden, da sie so gar nicht ins Konzept der derzeit beinahe selbstverständlich gewordenen naturalistischen Anthropologie von dezidiert irdischen Menschheitsbeglückern hineinpassen will, aber in der spezifisch modernen Unruhe und gewissen Leere des Herzens nicht nur Theologen, auch Psychologen und Psychiater wissen davon, auch Mick Jagger singt ganz im Sinne des heiligen Augustinus I can get no satisfaction, scheint sich doch eine bemerkenswerte anthropologische Konstante zu erkennen zu geben, die nicht so einfach aus der Welt zu reden ist. Kaum erträglich wird die konsumistisch-hedonistische Gesamtsituation dann, wenn ökonomische und dem Wunsch nach persönlichem Wohlleben geschuldete Interessen verhängnisvoll in Entscheidungen über Leben und Tod von Menschen hineinspielen, wofür neuere Gesetzesinitiativen vor allem im Blick auf das Leben ungeborener Kinder und alter Menschen grünes Licht gegeben haben. Der konsequent auf sein Gewissen hörende Mensch, der die christliche Botschaft offenen Herzens wie Verstandes vernommen hat, kann kaum noch anders, als sich mit ganzer Kraft zu wünschen, dass der von den Christen verkündete Gott wirklich real und lebendig sei. Dazu auch der wahre Herrscher über Himmel und Erde. Gott, das bedeutet ihm den Inbegriff alle Schöpferischen, Guten, Wahren, Schönen und Heiligen. Dieser Gott ist ihm auch die lebendige Quelle des erfahrbaren Gewissenszuspruchs, der mit der Freiheit des Menschen zusammenhängt. Wann diese zum besseren Verständnis des hier vermeinten und mit dem eben ausgeführten im Hinterkopf des Erasmus von Rotterdam, Colloquia Familiare von 1518. Diese unvergleichlichen, unvergleichlich schönen, wie ich finde, vertrauten Gespräche dürfen mit Fug und Recht das Grundbuch des christlichen Humanismus genannt werden. Dieses ist einfach ohne Seicht, tief ohne Schwer, direkt ohne Verletzend, demütig ohne Kriecherisch, ernst ohne Traurig, fröhlich ohne Läppisch, immer bestimmt ohne Dogmatisch, konfessionell ohne Ausgrenzend, menschlich ohne allzu menschlich im Sinne Nietzsches zu sein. Weist es die menschliche Natur doch niemals ins Animalische? Hält es die menschliche Kontingent Schwäche und kreatürliche Bedürftigkeit doch immer korrigierend ins überirdische Licht menschlicher Gottes-Ebenbildlichkeit? Es dürfte nur wenige Werke geben, aus denen eine größere Liebe zu den Menschen spricht. Bei aller unvergleichlichen Klarheit der Schärfe des Blicks des Autors. Immerzu geht es um Bildung, aber Bildung im Sinne dieses Buches besagt nicht viel Wisserei, noch weniger pedantisch trockene Büchergelehrtheit, sondern steht als ein Kürzel für die lebendige Einheit von Geistes- und Herzensbildung, einschließlich erfrischendem, menschenfreundlichen Humor und einem guten Schuss an gesundem Menschenverstand. Auch die Grundlage erasmischer unmittelbaren Cicero, mittelbar an Plato und anknüpfender Bildung ist unabdingbar ein geformtes oder gebildetes, doppelsinn des Wortes, Gewissen. Im Grunde hat auch Goethe das so gesehen. Unsterblich sein, dem Sinne nach bereits beherdert zu finden, das Wort aus dem Gedicht das Göttliche. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen anderen Wesen, die wir kennen. Überall sei, so auch die Maxime des hellersbegeisterten Humanisten Goethe, das rechte Maß angezielt, getroffen und gewahrt. Übertreibungen aller Art, alles exzentrische, disharmonische, manierierte, extreme, brutale, bizarre, chaotische, driss, disproportionale, verquere, unausgewogene, gährende, groteske, fratzenhafte, haben im Bewusstsein des Humanismus und des Humanisten seiner geistigen Ökonomie keinerlei Hausrecht. Wer die vertrauten Gespräche des Erasmus liest, wird am leichtesten und schnellsten mit dem Geist desjenigen christlichen Humanismus vertraut werden, dessen Wesen wir hier zu entfalten versuchen. Christliche Humanisten kennen die Conditio Humana, wissen mit Christus, das auch einiges Dunkle im Menschen ist, sind aber dennoch Menschenfreunde und bemühen sich primär aus Menschenliebe um den Glauben an Gott, um den eigenen, nicht anders als um den ihre Mitmenschen. Menschenliebe will Hoffnung eröffnen, indem sie die sehr überschaubare zeitliche Strecke zwischen Geburt und Tod zur nur endlichen Linie erweitert, identifiziert der Atheist, das menschliche Leben frustrierend genug mit der Zeitspanne zwischen Geburt und Tod, so glaubt der Christ einerseits, dass jeder Mensch ein seit Ewigkeit bestehender Gedanke Gottes sei und andererseits, dass Gott diese, seine realisierten beziehungsweise materialisierten Gedanken, uns Menschen also, mit deren körperlichem Hinscheiden nicht einfach ins Nichts gleiten lässt. Die Lebensstrecke dehnt sich damit gewissermaßen auf beiden Seiten zur Linie aus. In eins damit weitet sich auch die enge Kontingenzangst hin zur Ewigkeitshoffnung. Für christliche Humanisten führt nicht so sehr der Glaube zum Hoffen auf das Gute, sondern umgekehrt das Tun des Guten zum Glauben und Hoffen. Auf die Frage, wie komme ich zum Glauben, lautet die Antwort nicht anders, denn werde zuerst gut. Dann wirst du bald die Sehnsucht erfahren, dass alle Grundaussagen der christlichen Religion wahr sind. Mit der Sehnsucht zu glauben, wachsen auch der Wille und die Kraft dazu. Genau hier kann dann auch die Gnade anknüpfen. Menschenliebe in Verbindung mit einem guten Gewissen und Vertrauen auf Gott bleiben der Anfang von allem, das zu Recht religiös Glauben heißen darf. Mit anderen Worten, dass sittliche beziehungsweise menschenfreundliche Humane handeln, stellt für christliche Humanisten zugleich das wahre dynamische Prinzip gelebten Christentums dar. Der Glaube erhebt sich am sichersten und beständigsten auf der Basis gewissensberuhigter praktisch sittlicher Vernunft und Tätigkeit. Übersetzte man diesen Sachverhalt ins Historische, so gäbe sich, die antike Humanitas hat von sich aus dem Geist des Christentums den Weg geebnet. Was historisch bereits zur Zeit der Kirchenväter geschah, eine gewisse Synthese von platonischem und christlichem Geist könnte und sollte nun aufs neue Wirklichkeit werden. In diesem Gedanken könnte meines Erachtens auch ein gewisser Hinweis für die derzeit arg bedrängte und verunsicherte Kirche liegen. Seit dem Missbrauchsskandal verstärkt durch die Corona-Krise liegt sie ja zumindest in Deutschland gewissermaßen in der Intensivstation. Ob nicht im folgenden Gedanken eine wirksame Arznei stecken könnte? Das Christentum bedarf in erster Linie einer inneren Reform. Gläubige Christen sollten den Versuch machen, in sich zu gehen, um sich moralisch zu bessern. Der gut gewordene Mensch wird von sich aus gläubig werden wollen. Strategische Pastoralpläne werden durch diese innere Reform überflüssig. Das Fundament unserer menschenfreundlichen Religion liegt in der Moralität beziehungsweise in der Anständigkeit mit einem antiquiert wirkenden Wort in der Tugend. Bei dieser Aussage handelt es sich zugleich um eine Forderung als auch um eine Erfahrungstatsache. Religiosität gerät sehr schnell aus dem Ruder und kann geradezu gemeingefährlich werden, sobald sie sich anmaßt, sich von ethischen Grundprinzipien allgemeinmenschlicher Natur dispensieren zu dürfen. Immanuel Kant wollte zeigen, dass die Moral in die Religion ausfließt, insbesondere in den Glauben an persönliche Unsterblichkeit. Der Missbrauchsskandal zeigt, dass Religion sich unabdingbar auf Moral und Anstand stützen muss. Beides, Ethos wie Religio, gehören aufs Engste zusammen. So wie auch der eigentliche Begründer abendländischer Ethik, Platon, beziehungsweise der platonische Sokrates und der Begründer und lebendige Hauptinhalt des christlichen Glaubens, Jesus Christus. Der zuletzt gesprochene Satz könnte als die kürzeste Begriffsbestimmung dessen gelten, was christlicher Humanismus genannt wird und in diesem Vortrag skizziert werden sollte. Damit bin ich auch zum Ende gekommen. Ich bedanke mich für das geduldige Zuhören und Zusehen und erbitte mir für die Fortführung des Projekts christlicher Humanismus in aller Freundlichkeit ein klein wenig Sympathie. Aber auch Kritik ist willkommen. Anregungen wären sogar hoch willkommen. Werfen Sie bitte gelegentlich auch einen Blick auf unsere Homepage www.albertus- magnus- forum.de Aber wie auch immer, nochmals vergelt Gott alles Gute und Gottes reichen Siegen. www.albertus-